Seit mehr als 30 Jahren wird vom Johanneum Research Spitzenforschung auf internationalem Niveau durchgeführt. Mit dem Eintritt von Dr. Wolfgang Pripil als neuen Geschäftsführer ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, Bilanz zu ziehen. Durch die Restrukturierungsmaßnahmen im letzten Jahr habe ich den Eindruck gewinnen können, ist das Unternehmen sehr gut positioniert für die Zukunft. Es ist übersichtlicher und fokussierter geworden und daher gut aufgestellt für die neuen Aufgaben. Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist das Johanneum Research eine Bereicherung für die Steiermark. Der Selbstfinanzierungsgrad ist erfreulich hoch, den man also europaweit selten bis gar nicht findet, nämlich knapp 79%. Wenn man das genauer analysiert, besteht der natürlich nicht nur aus Industriegeldern, das ist etwa ein Drittel davon. Und der Rest besteht aus kompetitiv eingeworbenen Mitteln aus verschiedenen nationalen und internationalen Förderprogrammen. Also auch Geld, das nicht automatisch da ist, sondern wegen Kompetenz und Bemühungen vergeben wird. Im Rahmen des Pressegesprächs präsentierte Landesrätin Christina Edlinger-Ploder auch die Gründe für die im letzten Geschäftsjahr durchgeführte Neustrukturierung. Wir haben unterschiedliche Menschen aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichen Institutionen, Partnern von Johanneum Research befragt. Für was steht das Unternehmen? Was sind die großen Stärken und Schwächen? Was erwarten sie sich von diesem Unternehmen? Und es hat sich eigentlich durchgezogen ein quasi Makel, dass mir viele Leute damals gesagt haben, JR steht eigentlich für kein Thema oder keine Sache, sondern JR steht für eine lose Anzahl an Themen und Instituten, die eigentlich nicht festgemacht werden können. Das heißt, diese internationale Marke Johanneum Research kann damit nicht aufgebaut werden. Und so haben wir uns entschlossen, wirklich zu konzentrieren und mit diesen Forschungsschwerpunkten und großen Forschungsgruppen auch international besser dastehen zu können, beziehungsweise gerade im kompetitiven Forschungsbereich auch diese Qualität einer interdisziplinären Bearbeitung von Projekten noch besser heranzukommen. Johanneum Research verstärkt ihre Aktivitäten als professionell unternehmerisch operierender Innovations- und Technologieanbieter. Innovation aus Tradition.